Das war wie ein Jackson Pollock-Gemälde. Die Art, wie das Blut über den Boden verteilt war. Wenn ich die Augen schließe, kann ich noch das Muster vor mir sehen. Das ist irgendwie schön. Schließ die Augen. Wir beginnen. Jetzt. John ist da. John! Ihr Name ist... Anna. Anna. Ein besonderes Kind. Eine Menge Probleme. Was tun Sie dann? Ich führe Menschen zurück in ihre Erinnerungen. Ich will einfach nur die Wahrheit herausfinden. Krieg ich mit, dass es nicht wirklich passiert? Es wird sich anfühlen, als wäre es das erste Mal. Es fällt schwer, sich unangenehmen Erinnerungen zu stellen. Aber deine Erinnerungen müssen echt sein. Ehrlich? Ich war das nicht. Du hast die Mädchen also nicht vergiftet? Am Montag wird man sie in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Ich bin nicht verrückt. Aber meine Eltern... Irgendetwas läuft hier, und zwar hinter den Kulissen. Die Familie meiner Mutter ist eine der reichsten Amerikas. Und bei einer Einweisung hätte Robert die Kontrolle über jeden Cent. Ich habe das Gefühl, als würde sie mich wie einen Käfer beobachten. Falls sie mich in einer Erinnerung attraktiv finden, ist sie womöglich bloß meiner Fantasie entsprungen. Ihre Spielchen machen mich fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Hätte hoch, Mr. Washington! Ich brauche sie, John.